Ich muss der Liebe meines Lebens schreiben. Und jetzt mit Zunge! Mixing signals like it's cocktail hour. Es ist ein Tisch voller Liebe und wir sitzen dran. Ich liebe Helikard von Binger. Die ist eine richtige Maus. Hallo und herzlich willkommen aus dem Tortured Poets Department. Wir sind nicht okay. Wir sind gar nicht okay. Wir sind am Copen, am Zurechtkommen, am Prozessen und seit 6 Uhr morgens wach und seitdem eigentlich nur am Tortured Poets hören. Ja, schau mal, Laura. Und Videogucker. Wo hast du das her? Hast du es bestellt? Ich war gerade beim Mediamarkt. Leider nicht bei einem kleinen, unabhängigen Recordstore, sondern beim Mediamarkt. Und hab mir für 37,99. Die normale, die hatten nicht die Doppelalbum-Version, obviously. Ich hab die normale Version mit The Manuscript als Bonus-Track. Ja. Wie schön. Also ich, für alle, die nur hören, ich hab gerade Laura die Schallplatte gezeigt und kann nicht erwarten. Das ist auch so ein Album, was so richtig einen Schallplatten-Vibe hat. Also dieses Album hat, also... Es tut uns leid, aber wir müssen einfach jetzt kurz über Taylor Swift reden. Wenn ihr das, wenn euch das nicht interessiert, wir reden, glaube ich, gleich auch noch über andere Dinge. Also was ist, glaube ich, ziemlich sicher. Aber Taylor Swift ist einfach etwas, was mit uns und unserem Alltag so, so verwoben ist und auch mit unserer Identität ja irgendwo. Das heißt, so ein neues Album heißt auch gleich für uns immer, dass irgendwie eine neue Ära beginnt. Und Laura hat auch gerade gesagt... Ich hab gerade gesagt, das ist ein kompletter Neubeginn. Also das ist eine neue Zeitrechnung für mich. Es gibt vor-Tolted Poets und es gibt nach-Tolted Poets. Also das ist wirklich... Ich hab heute Morgen erst zu dir gesagt, ich brauch jetzt einen neuen Kleiderschrank. Also ich muss alles jetzt... Ja. Also das Album macht so vieles. Mit mir, mit uns, mit der Welt. I don't know, es ist wirklich... Die Frau... Die haut uns aus den Socken. Und ich hab... Also durch diese Songs hab ich schon wieder auch verschiedene Sachen angefangen zu... Was ist denn das deutsche Wort für Process? Zu verarbeiten. Ich sag angefangen, weil ich noch gar nicht alle Lyrics so verinnerlichen konnte und so. Aber es hat schon Dinge zu tun mit Thai und mit meiner neuen Person. Wir nennen ihn den Lebenserfahrenen. Da hab ich schon wieder einfach Dinge, die mich an die erinnern. Und das ist irgendwie so schön. Ich liebe das. Und Laura ist mehr so in die TikTok-Schiene abgetrifft und guckt, was hat das alles mit Tera Swift zu tun? Diese ganze Story. Ja, es ist ganz crazy, weil ich möchte mich jetzt so mochen. Ich hab morgen tatsächlich nichts vor, außer mit dir aufs Paula Hartmann-Konzert zu gehen. Aber das ist ja erst abends. Geil, Laura. Sprich, ich hoffe, ich kann den morgigen Tag auch nutzen und wirklich nochmal alle Songs... Wir haben heute auf der Arbeit nebenbei halt die zweite... Das zweite Album quasi, also die zweite Hälfte gehört. Weil wir beide sind sechs Uhr morgens aufgestanden, haben mal angefangen zu hören. Ich glaube, wir waren ziemlich zeitgleich unterwegs. Und dann gehe ich ins Badezimmer und auf einmal schreibst du mir, oh mein Gott, es gibt mehr. Und dann lag ich um den Boden. Okay, lass uns das gemeinsam hören. Und es ist halt einfach so viel. 31 Songs sind wahnsinnig viel. Und wir mussten halt auch arbeiten. Das heißt, man kann sich dann halt nicht so drauf konzentrieren. Aber eigentlich möchte ich zu jedem Song mit Genius da sitzen und jede Lyric mir anschauen. Und überlegen. Das müssen wir auch eigentlich machen. Vielleicht sollten wir morgen essen gehen oder so abends noch, bevor wir zu Paula gehen und das da uns mal zwei Stunden zu helfen nehmen. Ja. Also es gibt da wirklich, ja, sie ist a genius. Wirklich. Und es gibt da so viele Dinge, die man da reininterpretieren kann. Deshalb war ich auch vorhin so ein bisschen, war ich auf TikTok und hab mir halt so gedacht, okay, was, oder wollte halt wissen, was andere Leute über das Album denken oder was die auch reininterpretieren. Das hat ja da jeder seine unterschiedlichsten Theorien. Jeder bezieht gewisse Dinge auf andere Sachen. Ich sehe so viel, ich höre und sehe so viel Laura in den Lyrics auch, habe ich mir heute auch so viel gedacht. Das ist voll Laura. Aber das finde ich so spannend. Also das musst du mir auch noch mal genau sagen, welche. Also bei ein paar weiß ich es ja. Bei ein paar kenne ich mich auch. Aber ich habe dann zu dir gesagt, ich finde es ein großartiges Album, also eines ihrer besten Alben, kann ich jetzt mal so sagen. Aber ich kann nicht so relaten, wie ich es gern würde, weil ich halt noch nie so in Love war. Und da habe ich dann heute Morgen zu dir gesagt, eigentlich, weißt du, wir sind jung, wir müssten verliebt sein, wir müssten blöde Sachen machen, damit wir halt auch so diese Sachen fühlen können. und ja, also es ist, ich fühle mich sehr. Ist ja meine Rede. Ja. Ja, das machen wir auch, Laura. Das machen wir damit so. Wir haben so viele Gedanken. Ich meine, ich will nicht, dass du das Album per se fühlst, weil das ist ein Heartbreak-Album. Aber so Lieder wie Down Bad, weißt du was auch? Also wir müssen jetzt mal über kurz Favorite Songs reden, weil das interessiert, glaube ich, auch so nach den First Three Listens. Ich finde, das ändert sich auch immer noch. Aber also zum Beispiel mein absoluter Favorite beim ersten Listen war So Long London. Ich glaube, also, da habe ich keine Worte dafür. Musikalisch, lyrisch. Ja. Mini. Ja. Aber, also ich tue mir immer ganz schwer, so Favorites auszudrücken. Ich muss mir nochmal hinschauen, was es überhaupt alles gibt. Es ist so heftig einfach. Ich muss auch dazu sagen, ich habe sicher der ersten, dem ersten Album quasi viel mehr Aufmerksamkeit geschenkt, als im zweiten natürlich. Weil ich beim ersten lag ich morgens im Bett und habe es gehört und beim zweiten war ich auf Arbeit. Beziehungsweise war am Weg heim und so, das heißt, ich konnte mich noch nicht so damit beschäftigen. So Long London, ja, auf jeden Fall. Florida liebe ich. Also, ich wusste nicht, was ich von Florence in der Maschine und Taylor in Kombination erwarten kann. Also, ich habe eigentlich gar nichts erwartet. Aber, boah, der Song. Kranker Song. Ich mag auch Daddy I Love Him sehr, sehr gern. Who's Afraid of Little Old Me? You don't get to tell me about sad. Oh mein Gott. Oh Gott, das ist so gut. Noch weitere? Das sind jetzt schon drei. Welche nicht ist die Frage. Welche nicht ist wirklich die Frage. Bei mir wäre es jetzt noch so, also, wenn ich es mir jetzt hier so angucke, neben So Long London ist My Boy Only Breaks The Save The Toys erinnert mich halt so krass an Ty. Oh mein fucking Gott. Und dann Guilty As Sin erinnert mich halt an den Lebenserfahrenen. Aber alle, die du auch gerade genau, also, eigentlich wirklich alle liebe ich. Ja. Und ich bin so gespannt auf das Musikvideo heute Abend, aber ja, das sind jetzt mal so meine, die, wo ich schon am meisten fühle. Das ist das nächste. Ach, also, ich, es ist einfach ein Geschenk, diese Frau und ein Vorbild und man fühlt sich aber irgendwie auch so verbunden mit ihr. Auch so gut. Oh, das haben wir jetzt gerade gar nicht in der Aufzählung genannt, aber, wie heißt er jetzt für Schreck? I can do it with a broken heart. Das ist auch sowas, wo ich an Laura denke. I'm so impressed, I act like it's my birthday every day. Ja, das ist ein bisschen me-coded. Ich mag aber auch Fortnite total gern. Fortnite, lovely. Also, wo der heute Morgen um sechs, wo der heute sechs Uhr morgens losgegangen bin, war ich so geil. Mega, also, keine Worte. Naja, jetzt haben wir einfach nur über jeden Song geschwemmt, aber ja, wir sind wirklich in love und, ja, ich glaube, wir können es beide nicht erwarten, dieses Album zu inhalieren und wahrscheinlich gehen wir auch am Sonntag zu einer Listening Party, das ist auch das erste Mal, dass ich sowas gemacht habe. Genau, aber dann wird, werden 31 Songs auswendig gelernt. Und dann stelle ich mir vor, und dann, aber wir gehen ja diesen Sommer auch zur Tour. Das ist ja die Frage aller Fragen. Welche Songs? Was mit den neuen Songs passiert und was mit den alten Songs passiert, weil ich will nicht, dass irgendeiner von denen, die sie, oh. Honestly, die muss eine eigene Tour dafür machen. Ja. Ich hoffe. Mit 31 Songs, ja. Ich hoffe, sie machen eine eigene Tour. Das sind wir dann alle in schwarz. Das sind wir alle in schwarz und weiß. Jetzt alle in bunt und Glitzer und Freundschaftsarmbänder und dann bei der nächsten Saison alle in schwarz-weiß. Auch dieses Bild, also sowieso die Bilder von ihr, brauche ich nicht so zu sagen, aber aus diesem Musikvideo, das heute Abend droppt, mit diesem viktorianischen Trauerkleid. Ich weiß nicht so, come on. Also. Das Make-up auch, diese dünnen Augenbrauen. Also, ich glaube, wir sind alle nicht ready für das Musikvideo. Wirklich, ja. Und da ist dieser Song, der Fortnite-Song, ist ja noch so einer, der chillig ist. Ja. Deshalb war ich überrascht. Ich habe zuerst nicht gecheckt, dass das der Trailer, also quasi Trailer zum Fortnite-Musikvideo ist. Ich dachte so, da geht es um das Album, so ein Album-Trailer oder so, bis ich checke, das Posten Alone im Video. Dann war ich so, oh, dann ist es Fortnite. Und dann war ich so, hä? Also, ich bin wahnsinnig gespannt. Also. Wir werden berichten. Wir können zwei Stunden nur über dieses Album reden. Werden wir natürlich nicht machen, aber, ja. Ich muss mich auch erstmal sammeln und dann kann ich erstmal in Ruhe reden. Ich konnte auch auf meinem Vlog und so nichts sagen, aber, ja, morgen ist auch erstmal wieder musikalisch andere Bemalungen, nämlich von Paula Hartmann. Da bin ich very excited abends. Laura da, also ich meine, da könntest du dir auch jemanden schnappen. Die sind halt alle wahrscheinlich ein bisschen zu jung für uns, die Boys. Aber ich finde Konzerte, wenn jemand den gleichen Musikgeschmack hat und eng hinter einem steht und man so ein bisschen sich bewegt und man merkt so den Atem von dem hier hinten, ist hot. Das habe ich noch nie gemacht. Naja, dann machen wir das morgen. Ich hatte das kurz, wo wir bei einem bei Kante rein waren. Na, jemand, den du da gut findest. bei Ann-Marc Hantaret, ich habe den dann hinter mir nicht gesehen, aber ich fand zwar irgendwie ein sexy Feeling, ich war da halt noch mit Thai liiert, aber hinter mir war so einer und irgendwie war das ein guter Mut, dann so zu tanzen und man wusste, okay, irgendwie machen wir gemeinsame Sache. War alles nur in meinem Kopf, aber vielleicht haben wir das ja morgen. Das Ding ist, die Konzerte, zu denen, ich habe jetzt an meine Konzerte zurückgedacht und auf denen ich so war, Harry Styles, ja, da brauchst du keinen Mann suchen. Nee. Außerdem interessiert mich da auch kein anderer Mann von Harry Styles. Luftlady 10 Meter in der Band während des und plus also meine Freundin Lou und ich, die immer gemeinsam auf den Konzerten waren, also wir sind wirklich auf den Konzerten, wir sind crazy, man will uns eigentlich nicht neben sich haben, weil wir einfach so into it sind. Das heißt, da denke ich auch gar nicht dran, ob da jemand hinter mir steht, der nicht antanzen kann. Ja, aber morgen ist deine Chance, Laura. Also wir schauen es mal an. Wir können es ja mal ins Universum sprechen, weil wir wollen ja Erfahrungen machen, damit wir dieses Album relaten können. Ja, absolut richtig. Die wichtigste Frage, finde ich, ist aber, wie geht es dir, Laura? Was ist seit dem letzten Podcast passiert? Ich muss sagen, Laura hat ihren Spock langsam wieder. Komm zurück vom Milch holen. Nee, ähm, wir haben letztens gesprochen, ich glaube, es war Mittwoch oder so und wir waren so, okay, irgendwie waren die letzten beiden Folgen jetzt nicht negativ, sie waren halt einfach ehrlich und unverblümt und jetzt nicht irgendwie, ja, einfach authentisch und ehrlich, würde ich mal sagen. Aber wir haben gesagt, okay, wir wollen eine happy Folge und wir wollen gut drauf sein und ich war es diese Woche nicht so unbedingt, also gut drauf meine ich. Schon auf jeden Fall besser als die letzte Woche. Gestern war ein bisschen ein harter Tag nochmal, aber ja, ich finde, diese Woche hattest du, letzte Woche warst du leer so von Emotionen her und diese Woche warst du wenigstens so ein bisschen in Rage oder so ein bisschen sauer oder einfach genervt und das ist ja, das ist eine bessere Emotion als Nada. Ja, das stimmt. Ja, diese Woche war wirklich, es war so eine richtige Achterbahn diese Woche. Ich finde aber, ich finde aber, es ist eine Woche. und ich glaube aber, es ist eine Woche, in der du richtig gewachsen bist, also das Universum hat dir auch so Aufgaben und Lessons in den Weg gelegt, die du meistern musstest und du hast sie gemeistert. Ja. Und außerdem musstest du mit mir zurechtkommen, die diese Woche Moneyfest gelesen hat, was du eh schon auch zur Hälfte gelesen hast, aber dann irgendwie weggelegt hast und ich war diese Woche, das müsst ihr euch vorstellen, ich glaube, Marta und Lara waren richtig genervt von mir, weil ich war so ein positives Glücksbündel und ich die ganze Zeit sage, nein, so denken wir nicht. Wir denken positiv. Wenn du diese und diese Sachen sagst, dann ist das eine negative Emotion, die dürfen wir nicht verbreiten. Denk doch mal so, was ist, wenn es klappt? So war ich die ganze Zeit. Aber, ich fühle mich dann auch immer nervig. Das ist so eine Art Imposter-Syndrom, dass ich so denke, ich will eigentlich was Gutes, aber ich glaube, die finden mich so nervig. Aber dann Laura, eines Abends so, hm, ich habe schon da mal so gedacht und da mal so gedacht und das ist eigentlich voll gut. Und ich so, ja, wir machen Fortschritte. Es gibt mir so viel, wenn man, es ist auch überhaupt nicht nervig, also gar nicht, ganz im Gegenteil. Es ist, ich habe mir nur gedacht, von außen ist das Bild so lustig, weil Marta und ich so da saßen mit unserer Anxiety. Und Noah steht so dazwischen, wir manifestieren jetzt einfach. Das ist mal ganz lustig. Ja, aber es war wirklich eine Woche, wo ich mir gedacht habe, was sind denn das jetzt gerade für Lessons, die ich da lernen muss. Aber es kam eins nach dem anderen. Ich weiß so, hä? Ja, weil du aber auch bereit bist, Laura, und das Universum, erstens ist es astrologisch eine krasse Woche und die wird jetzt am Wochenende eigentlich am absolut krassesten. Aber das Universum gibt einem nur Aufgaben, die man auch meistern kann. Ja, absolut wahr. Beziehungsweise, wenn man dann sich ein bisschen damit auseinandersetzt, kommt man ja selber drauf, okay, wenn ich das jetzt schlau mache, dann kann ich daraus jetzt echt was lernen. Wenn man sich dem dann stellt. Es ist immer die Frage, wie man es sieht, sieht man jetzt also, oh, das nervt mich und schon wieder hat was nicht funktioniert und schon wieder musste ich mich irgendwie anstrengen oder sieht man es so, oh, ich habe voll was gelernt, ich habe mich weiterentwickelt und ich finde, das hast du voll gemacht. Also ich hoffe, du kannst so aus dieser Woche rausgehen, statt zu sagen, also es war eh anstrengend und das kann man auch mal festhalten. Ich war diese Woche ja auch bei Laura beim Pilates. Leute, ihr wisst nicht, die Laura ist eine absolute, ein absolutes Powerhouse. Die ist einfach krass, wie sie da Pilates wuppt. Sie hat in der Woche wie viele Stunden? So fünf bis sechs im Schnitt. Fünf bis sechs, sie ist Lehrerin. Das ist ultra anstrengend und weiß ich nicht, wir haben diese Taylor Class gemacht und am Abend davor hat sie noch gesagt, die gibt es noch gar nicht. Das ist, Laura ist einfach ein Naturtalent, sie hat das gemacht mit so einer Professionalität. Wir haben alle geschwitzt, ich habe jetzt noch Muskelkater. Ich würde es jetzt nie wieder machen, aber Laura ist echt krass. Es war so schön, dass sie gekommen ist. Ich habe mich echt so gefreut. Ja, ich nicht. Das ist wirklich cool. I appreciate it. Schön. Nee, und danach waren wir Pizza essen. Danach waren wir Pizza essen, das war auch so schön. Wir haben mal wieder was zu dritt gemacht, waren irgendwie essen, es war irgendwie nett, gelacht. Das sind unsere Detektei, nee, wie, Detektivbüro? Nee, wie haben wir es genannt? Unsere Detektei von Bing und PartnerInnen. Ja, genau. Fotos entstanden. Das Bild ist da entstanden. Ach Gott. Aber nochmal, das war es zu mir, wie geht es dir? Wie war deine Woche? Meine Woche war, wie gesagt, super. Also ich bin rein in die Woche gegangen mit dem Vorhaben, okay, ich will nicht diesen Menschen, dass mein Leben sich weiter um diesen Menschen dreht, um den Lebenserfahrenen. Weil es war ein magical Aufeinandertreffen, sorry, dass ich so viel in Englisch rede, aber manchmal, mein Leben ist halt so in Englisch-Deutsch, blablabla. Ich versuche es eh so gut wie möglich Deutsch zu machen. Es war ein magisches Aufeinandertreffen und dann ist es irgendwie wieder auseinandergegangen und ich habe einfach so viel Zeit letzte Woche mit Warten verbracht und Hoffen. Und jetzt habe ich in diesem Buch gelernt, also ich rede von Manifest, Seven Steps to Living Your Best, Best Life von Roxina Fössing, dass diese Low-Vibe-Emotions, so nennt sie das, also das sind Emotions, also Emotionen wie Angst, Doubt und so weiter und so fort. Einfach so Warten. Warten ist natürlich auch so ein Low-Vibe-Ding. Warte, hier stehen sie auch nochmal. Worry, Apathy, Annoyance, Jealousy, Despair, Guilt, Hatred, Fear. Fear ist ganz unten. Die schlimmste Low-Vibe-Emotion ist Fear. Auf jeden Fall habe ich dann gedacht, okay, wenn ich diese Emotionen habe, dann kriege ich auch sowas zurück. Das ist eine Spirale. Deswegen habe ich gesagt, ich höre auf damit. Das geht natürlich, also, nee, ich will gar nicht sagen, das geht nicht von jetzt auf gleich, weil ehrlich gesagt, das ging mehr oder weniger von jetzt auf gleich. Ich habe dann schon noch geguckt, okay, hat er meine Storys geschaut? Weil das hatte er die Wochen davor nicht gemacht und das hat mich so verrückt gemacht. Laura, du warst dabei. Ja, kaum habe ich mir gedacht, es ist mir egal, schaute sie wieder. Und gestern, Laura, hat er eine geliked. Aber, ja, welche? Obviously, finde ich ihn immer noch gut und kann mir immer noch was mit vorstellen, aber ich gehe nicht an die Sache ran, mit, ich will es unbedingt passieren und wenn es nicht passiert, ist es ganz schlimm, sondern, ich lebe mein Leben und gehe weiter. Er hat eine Story von einem Analogbild geliked, was ich gepostet habe. Was auch passt, weil er Fotograf ist. Aber, ja, er weiß, dass man Storys liken kann. Das war so Anfang der Woche, dass ich mir das vorgenommen habe und dann war es schon so Dienstag und ich so, ey, ich bin voll stolz auf mich, wie gut ich das gerade handle. Ich vermisse ihn nicht und ich bin voll chill und dann hatte ich so richtig Feuer und war so, das Leben ist cool, alles ist schön, es passieren nur tolle Dinge und gestern hatte ich mal einen Abend für mich, sonst war die Woche sehr voll abends immer, aber, ey, es war echt eine gute Woche und deswegen war ich auch so, Lauri, wir waren jetzt die letzten Folgen ein bisschen negativ und es ist auch voll in Ordnung und es war ehrlich, wie du gesagt hast, aber ich glaube, es ist auch manchmal wichtig, Freude zu spreaden, weil in meinem alten Podcast Reden ist Gold, habe ich immer auch über so, ich habe so Interviews geführt, aber immer zu so deepen Themen und ich finde, es ist alles immer so deep und schwer und ich habe das Gefühl, wir brauchen ein bisschen Leichtigkeit und ich finde, eigentlich machen wir das mit Du und Fotopot total gut, dass wir so über Sachen wie Dating oder diese ganzen Oberflächsachen reden, weil das einfach so ein bisschen Ablenkung ist und so und da hast du ja jetzt auch noch ein bisschen Geschichten zu erzählen und ich habe ja jetzt auch schon doch mehr ausgeplaudert über den Lebenserfahrungen, als ich wollte. Ich habe heute zu meiner Chefin dann gesagt, ja, ich habe jetzt nicht mehr dieses Warten, sondern eher, wenn ich ihm schreiben will, dann werde ich ihm halt schreiben. Dieses Gefühl habe ich. Also, das wird nicht jetzt passieren, sondern irgendwann dann. Also, es ist einfach schön der Gedanke, dass er noch in meinem Leben ist und das andere ist, dass ich gerade beim Frauenarzt war und mir eine Überweisung geholt habe fürs Krankenhaus, dass die das Weglasern noch lieber hat. Er hat aber gesagt, in zwei Wochen ist es wahrscheinlich weg, wenn ich jetzt noch weiter mit meiner Behandlung mache. Also, er hat mir eh die Überweisung gegeben und ich werde mir auch einen Termin machen, aber in zwei Wochen, er sagt, es sieht super aus und einfach weitermachen und tschack. Das heißt, in zwei Wochen wirklich schnallt euch an. Ja, very good news. Okay. Hide your Boyfriends. Dieses Buch hat wirklich mein Leben schon, ich bin voll gut in Kraft der Anziehung und Positivdenken und so, aber dieses Buch hat mir noch mal selber so viel Weisheit mitgegeben. Ich meine, vielleicht können wir jetzt auch so eine Übung zusammen machen. Du hast es eh selber, Laura, ich weiß nicht, ob du bis dahin gelesen hast, aber da war eine Übung, da sollte man sich fragen, wie das Future Self aussieht, also die Person, du in der Zukunft. Oh. Genau. Die Version von dir ist dann auf der Höhe deiner Manifestingkraft und hat alles angezogen, was du willst in deinem Leben. Ja? Und stell dir das so real vor wie möglich und frag dich jetzt, wie verhalte ich mich und was tue ich um in dieser selbstwertschätzenden, selbstliebenden, empowered und magnetischen Weise zu leben? Fällt dir da was ein? Schöne Frage. Findest du es eine schwere Frage? Boah, es ist eine schöne Frage, es ist eine komplexe Frage, es ist eine lange Frage, also da könnte ich jetzt sicher lange drüber sprechen. Sie hat hier so fünf Punkte aufgeschrieben. Ja, die Laura braucht immer ewig zu überlegen. Sie hat zum Beispiel auch in den 20 Minuten überlegt, dass sie Zimt isst. Also Gewürz. Haben wir die soll ich schon mal erzählt? Ich weiß gar nicht. Ja, welches Gewürz wert ihr? Schreibt es mal in die Kommentare, wollte ich sagen, aber schreibt es uns mal per DM. Wenn ihr ein Gewürz wert habt. Martha ist Basilikum. Was war nochmal hier Sophie? Die war doch auch sowas zum Zuberechen. Avocadogewürz oder so? Ich glaube, es ist immerhin sowas Gemischtes, oder? Ja, ich bin von Ostmann Tomate, Mozzarella gewürzt. Lieb ich. Das kann man überall machen. Auf jeden Fall, ich habe mir aufgeschrieben, wie ich dann mache. Bei List 5 Things That Your Future Self Does Informed By The Most Powerful Version Of Yourself. Also fünf Dinge, die mein Zukunfts-Ich mache. Mach dann. Mit guter Laune und einem Lächeln durchs Leben gehen. Gut für mich sorgen. Meine Bedürfnisse äußern. Leben, größer arbeiten. Im Hier und Jetzt leben und auf nichts warten. Also so easy ist es eigentlich. Schön. Ja. Aber du musst jetzt eigentlich auch noch kurz, du musst auch noch Dinge sagen und dann mache ich die Auflösung. Ja, ich meine, ich schließe mich bei deiner natürlich an, aber hattest du für sich selbst einstehen? Das würde ich sagen. Für dich selbst einstehen? Mhm. Finde ich schön. Ja, das hat ja auch was mit Bedürfnisse äußern und so ja, einfach ja, zu tun. Ihr anderen könnt ja mal kurz Pause machen und das alles für euch aufschreiben. Auf jeden Fall schreibt sie dann, das sind die Dinge, die du ab sofort in deinem Leben schon umsetzt. das macht so viel Sinn. Man muss, weißt du, du denkst an deine Zukunft selbst und das sind alles Dinge, die nicht weit hergeholt sind. Die kann ich jetzt anfangen und die fängt man jetzt auch an, weil jetzt beginnt die Zukunft. Du bist im Hier und Jetzt und so manifestierst du ja dein Traumleben erst. Warum auf die Zukunft warten? Ja. Ich habe da jetzt unlängst drüber nachgedacht, aus irgendeinem Grund, ich weiß aber gar nicht mal warum, habe ich so an meine Zukunft ist ich gedacht und dann habe ich mir gedacht, naja, die ist dann so und so und die zieht sich dann so und so an und dann habe ich mir gedacht, naja, aber warum mache ich das eigentlich nicht jetzt schon? Ja. Weil es ist eine vergeudete Lebenszeit bis dahin und es kommt nicht, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich auch erkannt habe, es kommt nicht irgendwann dieser magische Tag, wo sich alles ändert, sondern du musst es halt nicht ändern. Ja. Du hast nicht irgendwann plötzlich ein anderes Leben, sondern du entwickelst dich ja darauf hin. Du entwickelst dich beziehungsweise es kann dann manchmal, finde ich, von außen schon wirken, als hat man sich auf einmal so rapid verändert. Ich habe das Gefühl, ich habe mich jetzt schon wieder so in den letzten Monaten so stark verändert. Aber das ist einfach, weil ich diese Dinge mache, die ich halt will. Und dann kommen sie auch zu mir. Ja, aber das ist ja auch viel Inneres, was du da machst. Viel Inner Work. Ja, viel. Innere Arbeit. Wenn man auch gar nicht so sieht. Ja. Deswegen, wie sind wir da jetzt dahin gekommen? Dating und Dinge. Aber erzähl du von deinem Dating Life. Ich von meinem Dating Life. Naja, die Apps gibt es ja nicht mehr auf meinem Handy, weil mir das irgendwie zu mühsam wird. Ja. Du hattest ja ein To-Do beziehungsweise zwei To-Dos letzte Woche auf dein Dating Life gezogen. Also das eine. Und da müssen wir doch streiten. Aber da können die Leute gerne auch mitentscheiden. Erzähl mal. Naja, also das To-Do war ja, ich kann es jetzt nicht mehr wortwörtlich wiedergeben, aber ich sollte ja nur mit jemandem schlafen, wenn ich es auch wirklich fühle. Und wenn nicht, dann soll ich das sagen. Und da aber einen Punkt dahin setzen und dann nicht das mit irgendwas begründen. Also die Begründung in meinem Fall wäre gewesen, dass ich meine Tage hatte. Und das durfte ich ja nicht als Ausrede quasi verwenden. Du machst schon ganz große Augen. Was hat Laura gemacht? Ne. Stopp. Stopp, stopp. So nicht. Ja, es war so eine Situation, wo ich mir dann so gedacht habe, okay, wenn ich jetzt nicht was sage, dann komme ich da schwer wieder raus aus der Nummer. Und ich war aber eigentlich in the mood. Und das hat mich dann so geärgert, weil ich mir gedacht habe, na super, jetzt wäre ich gerade so into it und jetzt, naja, muss ich deswegen stoppen. Weil ich wollte dann auch nicht. Also es war dann wirklich so, dass ich mir gedacht habe, okay, den Schritt will ich jetzt nicht gehen, dass ich dann wirklich, naja, ihr wisst schon, was ich meine. Und dann habe ich halt einfach gesagt, okay, ich kann halt nicht. Punkt. und dann war die andere Person aber halt ein bisschen irritiert und war sofort so, bist du okay, ist alles, hast du irgendwie Schmerzen, geht's dir nicht gut. Und dann habe ich mir gedacht, naja, jetzt muss ich es halt doch irgendwie sagen, weil ansonsten fühlt es sich da irgendwie schlecht. Oder, ich finde es aber krass, dass, warte mal ganz kurz, wie finden wir das, dass er so unbedingt eine Begründung will? Nee, er wollte ja nicht unbedingt eine Begründung, sondern er hat einfach nachgefragt, hast du Schmerzen, geht's dir gut? Ist auch die Art. Und dann war ich so, nee, ist alles gut, ich habe halt einfach nur meine Tage. Ich weiß, du bist nicht happy mit dem Outcome, aber ich weiß, dass Martha da auf meiner Seite ist. Martha ist auf ihrer Seite. Ich bin, also, ich wollte ja einfach, dass du sagst, du will, dass wir uns darin üben, wir beide ja, dass wir, dass wir beide üben eigentlich, zu sagen, ich möchte heute nicht und, dass das akzeptiert wird und dass wir da keine Ausrede brauchen. Das war aber die, die blöde Sache war, dass ich ja eigentlich gemocht hätte. Ja. Das hast du ihm auch gesagt. Es ist, es ist fein. Das ist aber für mich so eine Grauzone. Tu es, wann anders nochmal üben, es passt. Hast du denn den Spaziergang wenigstens gemacht? Nee, habe ich nicht. Wann hätte ich denn den machen sollen? Kannst du mir das mal sagen? Mach morgen ein mit dem neuen Album in deinen Ohren. Ja. Morgen habe ich euch tatsächlich den ganzen Tag nichts vor, außer, Torchelpols hören und zu Paula Hartmann gehen. Ich freue mich über. Du hast dein To-Do eingehalten. Was war nochmal? Ach so, ja, ich habe ihm nicht geschrieben. Stimmt. Ich bin, ich habe halt, ja, ich meine, er ist schon noch interessant für mich. Also, ich kann ihn noch nicht so richtig gehen lassen und ja, ich schaue, draußen gefallen mir Leute ähnlich gut wie er. die Antwort ist, nein, stand jetzt. Aber, ich bin, ich bleibe trotzdem offen und ich, das ist auch etwas, was ich in dem Buch gelernt habe, man muss so leben oder halt so, ja, so leben, wie man sich, als hätte man schon alles, was man will. Als wäre man schon völlig voll, als hätte man unconditioned love, Daumen hoch und das ist, so lebt man sich es einfach besser und dann zieht man ja die Dinge an, die man will. Und da habe ich jetzt, das ist vielleicht das Weirdeste, was ich seitdem gemacht habe, das heißt Affirmation Track, kann man auf YouTube eingeben und da gibt es so Sachen für Self-Confidence, Love, da, 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 habe ich zum Einschlafen so eine halbe Stunde Affirmation angehört, du wirst geliebt. Die Person, die für dich bestimmt ist, kommt zu dir halt auf Englisch. So eine halbe Stunde lang, aber auch, also verschiedene, aber dann immer wieder dasselbe. Und ganz ehrlich, ich glaube, das funktioniert. Und das macht die Autorin von diesem Buch, die ja wirklich ihr ganzes Leben manifestet hat, ich glaube, immer noch abends, jeden Abend und jeden Morgen. Ich finde das, also ultra spannend, einfach was Positives denken und das alles ausrichten kann. Ich finde es Wahnsinn. Weil wir viel zu sehr einfach angstgetrieben sind, also wirklich, ich habe da ja auch mit Laura und Martha zwei Mäuse, aber das haben sie selber gesagt, mit ihnen kann man, kann man relaten im Podcast. Mit mir kann, warum kommen die ganze Zeit da hoch, mit mir kann man nicht so relaten. Verstehe ich voll. Aber so viele Gedanken machen wir uns umsonst zu Dingen, die noch gar nicht passiert sind. Und wenn sie passieren, können wir immer noch Angst haben. Dann ist die Angst vielleicht auch berechtigt, kurz, und dann arbeiten wir an der Lösung. Aber bis dato, ich weiß, dass das manchmal auch kommt, ohne dass man was dafür kann. Das ist halt... Ja, also so einfach ist es halt leider nicht, weil halt Angst ja auch einen Sinn und Zweck hat. Also es gibt es ja, diese Emotionen gibt es auch nicht umsonst. Und es gibt ja auch psychologische Krankheitsbilder, die halt mit Angst in Verbindung stehen. Also da gibt es halt dann auch keine rationale Ursache, sondern das kommt dann halt einfach so, ohne dass man es erklären kann. Das ist ja dann oft das Schlimme dran. Voll. Aber an sich hast du schon recht. Also es gibt natürlich Momente, in denen man vielleicht sich ein bisschen zu sehr von dieser Angst oder von welchem negativen Gefühl auch immer da beeinflussen lässt, obwohl man es eigentlich nicht machen müsste. Obwohl man eigentlich sagen könnte, hey, es ist ja eigentlich alles gut und was kommt, das kommt. Ich rede da auch wirklich von den Leuten, die das nicht als Krankheitsbild haben und das sind halt wirklich sehr, sehr viele Leute. Ich habe früher dazugehört, ich hatte immer so Angst aus meiner Familie, was passiert wirklich jeden Tag. Ich hatte Angst, dass mir was im Dunkeln passiert. Ich bin nicht rausgegangen. Ich hatte Angst, Angst, Angst den ganzen Tag nur Angst vor irgendwas und Respekt und ich habe mich nicht getraut anzurufen bei irgendwas, weil was ist, wenn das passiert? Und das Leben beginnt auf der anderen Seite der Angst. Ja, und das war halt wirklich eine Einstellungssache, valide Angst, die Angst wahrzunehmen. Ich glaube halt einfach, diese dann Beschäftigung damit und dieses Rumrühren da drin und in diesem Angstbrei liegen, das ist das Problem. Ich glaube, Ängste haben wir alle. Ja, für mich hat das aber auch so auf dieser Ebene, wo du es gerade jetzt so erklärt hast, hat das für mich auch sehr viel mit Vertrauen in sich selbst zu tun, weil wenn ich mir selbst vertraue und ich weiß, okay, ich schaffe das und auch wenn irgendwas nicht so läuft, wie ich es mir vorstelle, dann kriege ich das trotzdem irgendwie hin, dann nimmt das der Angst halt auch irgendwo den Winters in den Segeln. Also das bedingt sich irgendwo gegenseitig, finde ich. Aber das ist halt auch, dass man sich vielleicht arbeiten muss. An das muss, also daran muss man arbeiten und das erinnert mich an einen Kommentar, den wir bekommen haben. Sie oder er hatte geschrieben, Selbstwert ist nicht veränderbar, Selbstwertschätzung, weil darüber haben wir in der letzten Folge geredet, Selbstwertschätzung ist das, was sich ändern kann. Das finde ich voll einleuchtend eigentlich. Weil den Wert hat jeder. Aber ob du dich selbst wertschätzt, das ist das Ding, was fluktuiert. Ja, das stimmt. Das ist richtig, ja. Und so vielleicht auch dieses Selbstvertrauen und manchmal hat man mehr Angst und manchmal weniger. Ja, vielleicht tut uns allen eine kleine Selbstüberschätzung gut. Ja, ich finde es gut, ich finde es gut, wenn wir uns alle ein bisschen selbst überschätzen. Dann wäre die Welt, glaube ich, eine kleine bessere Welt. Bisschen. Weil das ist wieder, Laura, das ist wieder das, wo wir gesagt haben, man muss die Dinge machen, die eigentlich zu big für einen sind. Das stimmt, das habe ich schon vorvergessen. Das ist schon wieder drei Wochen her, dass wir diese Dinge hatten. Aber eigentlich, die tut bei mir jetzt unten so mitschwirren. Es war ja bei dieser Nachricht an Carlo und den deutschen Influencer noch nicht vorbei. Wir müssen eigentlich noch mehr in diese Richtung machen. Ja, absolut. Aber ich glaube, auch nur so habe ich die Lebenserfahrung an Land gezogen, weil ich mir, ich einfach gesagt habe, ist nicht so hoch für mich. Ja. Super. Also, hallo. Ich bin doch toll. Warum will er mich nicht haben? Warum sollte er mich nicht haben wollen? Besser so gesagt. Ja. Also, Laura, wir müssen wieder ein bisschen mehr Selbstüberschätzung lernen. Ja, ich habe das Gefühl, wir müssen ein bisschen wieder mehr raus aus unserem Denken und ein bisschen mehr rein ins Tun und einfach nicht so viel drüber nachdenken. Ich muss halt sagen, dafür sind die Dating-Apps manchmal schon funny, weil dann gehst du halt auf jeden Fall ein Date und hast halt gleich eine Story und hast halt einfach wieder eine Erfahrung mehr. Ich überlege halt gerade bei dir, weil ich glaube, für mich sind Dating-Apps jetzt mal weg, aber ob bei dir vielleicht doch wieder Raya interessant wäre. Aber ich zahle, das nervt mich, dass ich dafür zahlen muss. Vielleicht können wir das von der Steuer absetzen, weil wir das für den Pott machen. Ja, aber ich war ja mal auf Raya, aber da kam halt gar nichts bei rum. Da sind halt Leute aus der, erklär das mal für Leute, die das nicht kennen oder auch für mich, weil da sind ja Leute aus der ganzen Welt, du kannst da nicht einstellen, dass die nur aus Wien sind, oder? Nee, nee, also Raya ist sowieso, da musst du akzeptiert werden, also du kannst dich nicht einfach anmelden wie auf jeglicher anderen App. Bei mir hat das zwei Wochen gedauert oder so, ich habe aber auch schon gehört, dass Leute ewig lang warten, womit das zusammenhängt, ich habe gar keine Ahnung. Man kann sich dann auch so Einladungen schicken, also wenn ich zum Beispiel schon akzeptiert wurde, dann kann ich dir irgendwie eine Einladung schicken und dann geht es bei dir schneller oder wirst du automatisch akzeptiert? I don't know. Und die Idee dahinter ist, dass es Leute aus der ganzen Welt sind und es ist halt so ein bisschen, jetzt nicht exklusiver, weil es sind halt auch so Stars, also Stars, aber halt ist schon auf Dating-Apps, wo sich Influencer rumtreiben und so Musiker und so, Fußballer. Vielleicht ist Carlo da auch? Vielleicht wer? Carlo? Ja, vielleicht. Crow übrigens, weil sie das nicht checkt. Ja. Dann ist die Sache halt, also ich glaube, ich habe da kein einziges Match, weil irgendwie ist es so schwer, sich da zu matchen und das ist ja mal der erste Schritt und dann erst mal dieser ganze Schreibprozess, also ja. Und du kannst auch, du kannst natürlich keine Screenshots machen, also du kannst, ich kann dir nicht checken, wenn ich in Freien gesehen habe, dann kriegst du sofort so eine Warnung. Es gibt auch immer so Zeitlimits, also du hast nur so ein paar Swipes und dann ist es wieder gesperrt für ein paar Stunden und dann kannst du wieder swipen. Das finde ich aber gut. Also ich fand die App eigentlich ein bisschen anstrengend. Obwohl es natürlich cool ist, wenn du dann irgendwelche Leute siehst und du denkst, oh, die sind bekannt, also die finde ich cool. I don't know. Aber du, ich weiß nicht, dass da viel bei rumkommt. Ich meine, Roxina Fusi hat ja ihren Mann dort kennengelernt, oder? Eben und dann ist sie nach drei Monaten schwanger gewesen und sie sind immer noch zusammen, es ist ihr Best Friend, es ist ihre Big Love. Ja. Ja, für die einen so, für die anderen so. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich großartige Lust auf Raya habe. Aber was könnten wir denn machen, Laura? Halt wieder, ja, wir beginnen jetzt mal, es gibt so eine Bar hier in Wien, es ist so Afterwork-mäßig sehr beliebt, das heißt Monte Ophelio und da wollen Laura und ich jetzt mal hingehen an einem lauen Sommer, Frühlingsabend. Ist es jetzt eigentlich, eigentlich ist es schon Frühling, ne? Eigentlich ist es schon fast Sommer jetzt bald. Mhm. Ja. Da wollen wir mal hingehen und da sind immer hotte Jungs, hotte Männer von der Börse. Von der Börse. Ja, von der Börse und von diesem Juridikum da, die Youth Boys. Und vom Gin. Nee, keine Ahnung. Ich glaube, ich habe für heute übrigens, ich saß heute im Taxi, weil ich von der Arbeit wohin fahren musste und dann habe ich vom Weiten eine Sekunde dem Schwärm der Schwärme, wie nennen wir ihn hier? Leon gesehen. Hast du ihn gesehen? Mit einem Girl. Für eine Sekunde war es, glaube ich. Und das sagst du mir jetzt? Ja, weil es hat nichts mit mir gemacht und ich weiß auch nicht 100% ob das ist, aber ich glaube, es war er, weil es war sein Mantel und es war seine Größe und das Girl war klein. Er hat so rüber geguckt und gelacht und er ist Richtung vierter Bezirk gegangen, wo er wohnt. Das war beim Naschmarkt. Oh mein Gott. Ja, aber ich war abgelangt von einem Taxifahrer, der komplett auf mich stand, mir dann auch seine Karte gegeben hat, gesagt, er lädt mich ein zum Dinner und die ganze Zeit mit mir geredet hat und gesagt hat, guck mal, du musst dich angucken, weil ich habe ihm auch erzählt, dass ich jetzt gerade verliebt bin in den einen und hier wohnt er übrigens, aber der hat mir zurückgeschrieben und so weiter und so fort und er so, hä, nein, du musst da irgendwie so voll Selbstbewusstsein haben und der muss dir schreiben, guck dich mal an, so war der auch. war der cute? Nein. Dang it. Er war auch zu alt, also na gut, Alter ist mir egal. Alter spielt keine Rolle mehr, aber er war, er war natürlich cute. Aber es war cute. Aber es war wertvoller Input. Es ist ein wertvoller Input und es war nett und es war wieder so, ich werde gesehen. Weißt? Ja. Weil ich gebe mir auch Mühe, ist ja auch schön, wenn jemand sagt, du siehst gut aus mit deinem Outfit oder was auch immer. Ja, ich habe ihm auch erzählt, dass ich voll das Klo, das ist wie ein, na ja, ich Klo habe, aber er hat auch gefragt irgendwie, ob ich seit Neuesten erst so bin und ich so, na ja, ich hatte eine Beziehung, habe ich es genannt, es war keine Beziehung, aber mit Thai, heute rede ich irgendwie viel über Thai. Aber der hat uns auch Laura und mich auf der Dating-App, wo ich ihn kennengelernt habe, Hinge, da ist er jetzt, ich kann ihn dann nicht mehr stalken und Laura auch nicht, die hat ihn auch aus Spaß gematcht und ich frage mich, ob er entweder die Dating-App nicht mehr hat oder mich, also uns entmatcht hat. Finde ich, wäre beides großer Tee. Tee von Thai. Ja. Aber jedenfalls habe ich erzählt, dass der mich sehr beeinflusst hat und dann hat der Schluss gemacht und dann habe ich so eine richtige Selbstliebe-Journey, Selbstbewusstsein-Journey auch immer hingelegt und ja. Ja, Laura, was soll ich dir sagen? Geschichten aus dem Taxi. Geschichten aus dem Taxi und danach war ich halt, also wenn ich, egal, ich war heute Nachmittag auf jeden Fall auch über den Naschmarkt selber dann spazieren. In der Sonne auch mal so neue Wege, die ich sonst nicht spazieren gehe. Ich kann nicht sagen, wie wichtig spazieren ist. Deswegen will ich immer, dass du spazieren gehst. Weil da, finde ich, gelangt man zu Selbstbewusstsein. Gibt für mich keinen größeren Selbstbewusstseins-Tipp als spazieren zu gehen mit einer geilen Musik und einen geilen Walken zu legen. A la Carrie Bradshaw. Ja. Und das hast du in dir. Ich spüre das. Ich spüre das mit deinen Haaren, mit deinem kleinen Pony, dass das wird da so hin und her gehen im Sommer mit deiner Sonne. Sonnenbrille. Weißt du? Und dann der Mantel geht so ein bisschen auf und macht so tsch tsch tsch. Und es ist einfach so. Und die Männer gucken dich an. Du bist so, ich will euch alle nicht. Aber trotzdem gucken sie dich an. That's the spirit. Manche will man auch. Die sitzen da in der Sonne mit ihren Girls. Und man denkt sich so, schade. Aber dann geht man weiter. Weil irgendwo wartet der Richtige auf dich. Der Richtige kommt und wird dich finden. Das ist schön. Er wartet auch schon sehnlichst auf dich. Laura, hast du noch was zu erzählen? Eine kleine Anekdote. Du bist so lustig. Was machst du heute noch? Was mache ich heute noch? Nicht viel. Ich habe hier noch ein paar Bücher neben mir liegen. Einen Curry kochen könntest du doch. Curry kochen? Ich habe halt urspät gegessen. Jetzt habe ich gar keinen Hunger. Ich habe gerade vorhin schon nachgedacht, was ich heute abends esse. Aber ich weiß es nicht. Ich habe gestern übrigens, das ist jetzt vielleicht TMI, aber ich habe mir gestern dann, ich hatte jetzt nämlich zwei Tage lang so ein Craving, einfach so noch Joghurt mit Granola. Und das wollte ich mir zweimal hintereinander kaufen und es gab es aber in dieser Bäckerei nicht. Und ich war devastated. Und habe ich mir gestern eins gekauft. Also gestern am Heim, ja, am Weg von der Arbeit nach Haus, glaube ich. Ja, habe ich mir dann eins gekauft. Habe dann mal kurz meine Mama angerufen. Ich habe dann mal kurz geweint. Dann kurz in meinen Joghurt reingeweint. Und ich habe dann aber so Bauchweh von diesem Kack, dass ich mir gedacht habe, Karma. Ja. Es hätte nicht sollen sein. Was, vegan? Oder Milchjoghurt? war es nicht. Aber ich vertrage ja Käse auch hin und wieder. Ja, also richtig verwirrt und ich war so pisst, weil ich mir gedacht habe, einmal habe ich ein Craving nach Joghurt und dann kriege ich es so zurück. Hm. Das ist meine Anekdote aus dem Leben. Aber du, vielleicht ist es auch ein Zeichen, wenn man zweimal am Silbertablett serviert bekommt, dass es offenbar nichts sein soll, dann soll man es auch lassen. Ich hätte es lassen sollen. Es gab es zweimal hintereinander nicht. Punkt dahinter setzen. Ich finde es gut, dass du das jetzt auch schon als positiv, guck mal. Ah, na schau. Sie färbt ab, die Nora Wunderwald. Ich liebe es komplett. Du, aber kocht dir heute auch was Schönes, ob es ein Curry ist oder was mit Joghurt? Nee, ohne Joghurt halt. Vielleicht ist es, muss ich vegan Joghurt nehmen. Wir können ja mal ein Joghurt-Tasting machen. Hm, das kann man machen, ja. Aber ich mache mir Pasta und dann höre ich noch ein bisschen Church Department und dann freue ich mich auf morgen. Ich freue mich auch für dich, dass du morgen kein Pilates hast. Ja, ich kann morgen ausschlafen. Das ist ganz, ganz toll. Krass. Wie lange konntest du nicht mehr ausschlafen? Das interessiert die Zuhörer bestimmt. Bitte? Wie lange du Samstags nicht mehr ausschlafen konntest. Wie lange ich das nicht mehr konnte, weiß ich nicht. Bisschen länger, längeren Zeitraum. Aber morgen dafür und ich habe halt auch richtig Lust, so einen Film zu schauen oder so eine Serie zu schauen. Es ist nämlich auch richtig kalt gerade in Wien. Also ich habe ihr vorhin gesagt, der perfekte Tag vom Vibe her für Tortured Poets eigentlich. Aber ich habe auch richtig Lust, so im Bett liegen, Film schauen. Darf ich dich noch was fragen? Ja. Ich weiß nicht, ob du das im Podcast erzählt hast, aber du wolltest ja neulich mit dem Boy einfach nur die Errorsteel schauen. Ach so, ja. Wie hat sich das entwickelt, der Plan? Naja, das war dann alles schon wieder spät abends, weil ich auch Pilates hatte und so. Und dann war es halt irgendwie neun Uhr oder halb zehn und die Errorsteel dauert ja drei Stunden. Dann haben wir beschlossen, okay, es ist vielleicht ein bisschen spät dafür. Das haben wir uns gelassen, aber kommt mir nicht davon. Dann muss ich die Errorsteel anschauen und dann muss ich auch das Album anhören. Wichtig. Aber er hat für dich gekocht. Er ist so ein Acts of Service Guy. Und ich muss auch sagen, ich finde es auch wirklich, das rechne ich ihm hoch an, wie er mit dieser ganzen Taylor Swift Sache umgeht. Weil er kennt schon auch ein paar Songs. Und ich war dann so, ja, ich erwarte, weil er dann gemeint hat, ja, er kann dann auch die zehn Minuten Version von All Too Well und ich war so, ja, ich hoffe nicht nur die. Und dann meinte er irgendwas mit, ja, er kann dann alles, was halt Taylor's Version ist. Dann war ich so, okay, Green Flag. Ganz Green Flag. Wenn er sich so weit schon damit auskennt, dann ist das schon mal gut. Ja, voll. Und er ist so ein Acts of Service Boy. Also er kocht gern für andere und so. Aber er hat auch selbst nicht, er weiß aber selbst nicht, wie er damit umgehen soll, wenn jemand Acts of Service für ihn macht. Und er hat gesagt, dass er nicht Words of Affirmation Guy ist, also dass er sie nicht so gibt. Und das ist voll deine Love Language. Und er hat dann gesagt, die Words of Affirmation ist so gar nicht sein. Und ich war so, aus. Weil ich bin, ich bin ein großes Words of Affirmation Girl. Obwohl ich es dann meistens eh nicht glauben kann, aber trotzdem ist es wichtig für mich. Also ich kann das dann oft eh nicht ernst nehmen und so verinnerlichen, wie es die Person sagt. Aber trotzdem ist es, ich brauche ja diese Verstätigung. Eigentlich von I love Languages hat man so gesehen von Acts of Service am meisten. Wenn man jetzt nicht auf Selbstwert bezieht. Weil Selbstwert kann man sich selber geben. Words of Affirmation, touch, I guess. Nicht so richtig, aber irgendwie schon. Und Gifts kann man sich auch kaufen. Aber Acts of Service, dass jemand für dich kocht, dass jemand für dich einkaufen geht, dass jemand das ist nice to have. Aber was ist das Nächste nochmal schnell? Time. Ah ja, Quality Time. Ja, du kannst es aber auch mit dir haben. Eben. Ey, wir brauchen mehr Acts of Service. Mein Ex-Freund, den ich jetzt, der letzte der vier Jahre war, der war auch richtig Acts of Service und das habe ich auch sehr geliebt, muss ich sagen. Und der jetzt, der Teil eigentlich mehr oder weniger auch, der war viel immer einkaufen und hat mir irgendwie diese Dinge mit gebraucht. Aber das finde ich, da kann ich wirklich, da fange ich an zu hinschmelzen, wenn jemand dann dir was mitbringt, weil er halt an dich gedacht hat oder weil er sich das gemerkt hat oder weil er zugehört hat, wo du halt gesagt hast, hey, ich mag das und das gern. Ich meine, das geht jetzt nicht nur bei Acts of Service, das geht auch bei anderen Love Languages, aber ich finde es auch einfach so wichtig, so zuzuhören und aufmerksam zu sein. Es ist halt, es ist in den kleinen Dingen. Aufmerksam ist das alles wichtig, das Allerwichtigste und ich saß neulich auf dem Klo und da habe ich über ihn nachgedacht. Ich weiß nicht, warum das hier so eine Datei-Folge geworden ist. Im Klo. Ich habe nie die Geschichte erzählt von seinem Abschied in Anführungsstrichen an mich. Aber das muss ich mir vielleicht aufhören für eine der nächsten Folgen, was da alles, was er alles gemacht hat, hinterlassen hat und so. Ja. Ach Gott. Ja, ja. Ach Mann, er war schon auch T-Story. Ach Mann. Aber er ist halt so richtig so, deswegen fühle ich dieses Lied so, er, seine Lieblingsspielzeug, was ich war, hat er kaputt gemacht, weil er konnte nicht damit umgehen, dass das Leben einmal schön war. Mhm. Und er hat mich halt nicht lieb, obviously, aber wir hatten halt trotzdem Spaß zusammen. Ja, egal. Es ist besser so. Hätte er nicht Schluss gemacht, wäre ich noch ganz woanders an einem anderen Punkt, deswegen alles ist gut. Aber Laura, ich treffe mich nächste Woche mit jemandem, du kennst ihn noch, letztes Jahr hatte ich für zwei Wochen was mit ihm, bevor Ralf kam. Und, ähm, wie nennen wir ihn denn jetzt? Wir nennen ihn den Monis Garten-Typ. Monis Garten. Mhm. Und das ist so zustande gekommen, wir haben uns immer wieder gesehen über die Arbeit, und ich hab dann, wir haben dann viel geschrieben und irgendwie, ja, da war irgendwie Chemistisch zwischen uns und ich hab dann aber zu ihm geschrieben, ich hätte einfach gern mal wieder jemanden, dem ich einschlafen kann. Und er so, ja, ich auch. Und dann waren wir halt hier zum Einschlafen verabredet, aber irgendwie lag in der Luft, dass mehr passieren würde. Aber ich bin jetzt gerade schon wieder an dem Punkt, wo ich gerne jemanden zum Einschlafen hätte, Laura, und das werde ich ihm nächste Woche, darf ich sagen. Aber dies war wirklich nur zum Einschlafen, weil jetzt hab ich ja alles schon, ich hab ja alles schon mit ihm durch, es geht ja auch gar nicht mehr, aber ich will wirklich einfach, dass jemand Löffelchen mit mir macht. Okay, ja, ich kann's nachvollziehen. Ich dachte nur, das Kapitel wäre abgeschlossen, aber gut. Go for it. Ja, oder sollte ich's abgeschlossen lassen? Vielleicht sollte man doch alte Dinge hinter sich lassen, aber ich brauch, ich hab halt gewisse Bedürfnisse, die gestellt werden müssen. Ja, beziehungsweise, ich hab jetzt auch nicht das Gefühl, dass wenn ihr jetzt einmal nebeneinander einschläft oder auch miteinander einschläft, dass dann eine große Story draus wird. Weil ich hab das Gefühl, dass du da relativ, du bist das ja bei dir. Der ist für mich auch, der ist für mich over and out, das wusste ich schon damals, das ist, er ist urlieb, aber wir sind einfach nicht made for each other. was bei ihm für mich klarer war durchzusetzen, als bei zum Beispiel jetzt dem Hamburger, der hatte auch einen anderen Namen, aber ich nenne die jetzt immer alle bei ihrem Dings, dem Hamburger, mit dem ich was hatte Anfang dieses Jahres und bis zuletzt, bis er mich gegrüßet hat seit zwei Jahren, er hat jetzt nämlich ein neues Profilbild, er hat jetzt ein Franzbrötchen als Profilbild, richtig Hamburger-mäßig. Also scheinbar ist er ja, ach, keine Ahnung, was weiß ich was. Äh, bei dem hätte ich es mir gewünscht, dass wir irgendwie gematcht hätten, aber haben wir nicht. Naja. Wieder viel Ungleich gestiftet. Also ich sag mal so, in meinem Leben geht es eigentlich gerade wenig um Typen. Ich bin gerade sehr bei mir. Ich habe bloß ein paar Geschichten rausgeholt, weil die immer so mitlaufen und weil es irgendwie Spaß macht, aber ich bin gerade sehr bei mir und das ist schön und wenn was passiert, dann passiert es und ich habe die Zügel, das ist glaube ich wichtig für mich, gerade diese Woche festzustellen gewesen, ich habe die Zügel selbst in der Hand. und ja, das ist wichtig. An sich verdiene ich es, dass man mir schreibt und dass man mich nach einem Date fragt und dass man dran bleibt und die das nicht tun, können sich tschüss, wenn ich aber Lust habe, den nochmal proaktiv zu schreiben, dann soll ich das bitte machen, aber sonst wird nicht gewartet. das ist der Vibe. Ich habe auch letztens zu dir gesagt, ich habe auf Instagram gesehen, irgend so ein Reel oder auf TikTok, weiß ich nicht mehr, die hat so gesagt, no boyfriends, weil hot girl summer und heuer ist das erste Mal, dass ich mir einen hot girl summer vorstellen kann. Also hot girl summer, das kann ja jeder so definieren, wie er oder sie das für sich möchte, aber für mich ist es halt einfach so ein Gefühl von ich gehe auf Dates, ich lerne neue Leute kennen, mal schauen, was passiert. So summer fling mäßig. Auf sowas hätte ich heuer richtig Lust. Liebe ich für dich. Was heißt das, wenn das aus meinem Wund kommt? Wir haben, ja, also ich liebe es nur für dich, ich will, dass du in den Weinberg gehst, alles, aber die Realität sieht dann so aus, dass wir beide einen hot girl summer haben im Sinne von, wir schwitzen uns zu Tode. Laura und ich sind nämlich richtig richtige Schwitzfrauen. Wir schwitzen überall. Wir haben überlegt, ob wir unsere, was wollten wir einöden lassen, die alles Polebody, überall sind noch Haare, aber die Schweißdrüsen sind weg. Ja, wirklich. Ja, das wird, mir war das letzte Woche schon mit diesen 30 Grad, das war mir schon wieder fast zu viel. Mit dem was? 30 Grad? Mit den 30 Grad. Ja, es ist echt hart. Aber wir haben tatsächlich, tatsächlich sind gerade ein bisschen verschiedene Sachen am Körper bei uns im Gespräch. Wir wollen ja auch, in der letzten Folge sind wir am Ende dann doch nicht so viel auf Körperbild eingegangen. Die Folge kommt auf jeden Fall noch. Auf jeden Fall. Vielleicht auch nicht nur eine, vielleicht machen wir da auch mehr drauf. Das wird immer mal eine Rolle spielen, würde ich sagen. Aber jetzt würde ich erst mal sagen, packen wir beide einen Song auf die Playlist, geben wir uns aber noch ein To-Do. Ja, dann auch noch. Daumen hoch. Daumen hoch, okay. Was ist das mit diesem Ding heute? Ich werde So Long London auf die Playlist machen. Ach, na, und naja, nee, warte mal, mache ich doch nicht. Ich mache My Boy Only Bricks His Favorite Toy. So, weil ich heute so viel über Tai geredet habe. Okay, ja, mag ich. Finde ich gut. Soll ich auch einen vom Album drauf machen? Oder einen anderen? Sicher. Ich mache Fortner drauf, weil für mich war der trotzdem irgendwie so Good Vibes und also eigentlich nicht Good Vibes, aber von der hat eine gute Energie der Song. Ich mag den. Super. Ja. Für dich sehr. To-Do für dich. Hast du nächste Woche irgendwas? Also erst mal möchte ich, dass du mit deinem, dass, ich sage mal so, Leben, größer Arbeit. Mehr brauche ich, glaube ich, nicht sagen. Mach eine Aktion, die in Richtung Leben, größer Arbeit geht. Okay. Du weißt, was ich meine. Ich finde, ja. Zweite Frage, gibt es irgendwelche Date-Geschichten, die anstehen? Nichts geplant ist aktuell. Ich bin ja schon auf das Gewand gespannt, dass wir nächste Woche schmeißen. Ja. Und vor allen Dingen da treffen Laura und ich auch unsere liebste Astrologin, Lori Haberkorn, kommt da. Na, da freuen wir uns. Da wird es ein kleines Bild gemacht werden müssen von uns drei. Da wird ein Bild gemacht werden und da werden auch ganz schnell Rapid-Fire astrologische Fragen gestellt werden. Zum Beispiel? Die werden wir kurz für uns beantworten. Oh, ich könnte die so viele Sachen fragen. Es ist gut, schreibt das alles mal auf. Wir haben auch noch was richtig Tolles geplant, Laura, Martha und ich, aber erst die Woche drauf, nämlich den perfekten Tag. Wir gehen Prunchen bei Laura, Kaffee trinken bei mir und Dinner bei Martha. Und das wird so cool. Ja. Das wird ein schöner Tag. Das wird ein super Tag. Okay. Okay, dann bleibt dieses, dein To-Do bleibt das, was ich gerade gesagt habe und ich möchte, dass du nächste Woche uns dazu was berichtest. Was Positives. Noted. Was gebe ich dir für ein To-Do? Nächste Woche triffst du dann Monies Garten? Ja. Wir gehen ein Eis essen. Ja, ich sage einfach, hol dir was du willst von dem. Okay. Mach ich. Also wenn ich Lust habe und wenn ich das dann fühle, frage ich ihn, ob wir mal wieder nebeneinander einschlafen können. Ja. Der war eigentlich sweet, der saß dann hier und dann hat er auch meditiert, während ich im Bad war. Wie süß ist das? Aber das sind, wisst ihr was? Der war zu gut. Der hat mich, also er war nicht langweilig, aber er hat mich gelangweiligt. nice. Was? I broke his heart because he was nice. I broke his heart, I literally did. Also, weiß ich nicht, aber ich glaube, da hätte schon mehr kommen können für ihn. Aber it didn't. Und stattdessen habe ich ihn weirden Sommer mit Ralf verbracht. Aber ich glaube, das brauchte ich auch mal. Äh, ja. Ich wünsche es auch mit Ralf. der beste Name für die Person wirklich. Der ist besser als der Originale. Wobei ich ja auch so fies Spitznamen für ihn lieb. Aber dann kann man jetzt nicht sagen. Ralfi. Ja. Nee, okay. Gut. Dann kennen wir uns mal aus. Danke, dass ihr alle schön zugehört habt. Und ich habe das Gefühl, ich habe diese Folge wieder zu viel geredet. Es tut mir sehr leid. Nee, gar nicht. Ich hatte auch viel zu sagen. Ich habe das Gefühl, wir haben ein bisschen über nichts geredet und wieder nichts. Aber macht ja nichts. Ja, wir sind ja immer noch ein Laber-Podcast und ihr habt euch gewünscht, dass es keine Themen mehr gibt. Und jetzt habt ihr den Salat. Ja. Ja. Gebt euch. Gut. Nee, wir wünschen auf jeden Fall, wir wünschen euch einen zauberhaften Tag, Abend, Nacht, wann auch immer ihr das hört. Und wir hören uns nächste Woche. Wir hören uns. Bis dann.